Was für Relief! Man weiß es einfach nicht. Mach du mal Wundenhallen. Ne, du machst mal Wundenhallen. Vier auf... So, wen haben wir noch? Ach, vier. Du machst mal Wundenhallen. Drei auf... I'm on it. Genau. Und du machst mal Wundenhallen. Von mir aus A3 auf I. So, wir rennen weiter. Und wahrscheinlich in die nächste Patrouille rein. So, wo ist der Ausgang? Hier. Warte, 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 warte. Jetzt wird keine Panik. Keine Panik. Tja, meine Guten. Tja, das war... Was ist das? Ja, das war... Wie soll ich sagen, ne? Wie soll ich sagen, ohne... Ja, wie soll ich's ausdrücken? Soll ich jetzt von einer Kompl... Von einem kompletten Versagen reden? Oder von... Ja, wir haben's versucht. Mh... Mh... Im Grunde, na... Müssten wir schon von einem kompletten Versagen reden. Yes. Kannst du noch Wunden halten? Ready. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ach so. Du hättest vielleicht mal hier heilen können, ne? Kannst du eigentlich... Vergiftung heilen? Mach mal hier. Weißt du, wir haben ja nicht schlecht, wenn du mal vergiften so richtig heilen könntest, und nicht so anzunehmen. Das ist doch Case. Ah, nein, nein, nein. Nein, nein, nein. We got company. Do they seriously intend to fight us? Ich wollt grad fort. Ich wollt grad fort. Ich wollt grad fort. Dann müssen wir... Oh, God. Und wir müssen uns erstmal anders hinstellen. Ja, was mein... Ops. Ähm... Wir lassen das schon so, oder? So bleiben wir. Ja, was mein... Ops. Ähm... Tut mal gut, die Treffen zu sehen. Ob wenn sie wenig treffen. Aber es tut echt mal gut. Ich mein, so gar nicht haben die getroffen. So gar nicht. So. Dann. Nee, nee. Äh... Hier. Ähm... Mach mal... Wen? Nee, erstmal... Gar keinen. Nee, spar mal. Spare einmal. Und... Los. Auf. Auf. Einfach auf. Auf. Einfach drauf. Hm. Hm. Super. Immerhin. Ach, der hat noch seine Präzisionszahlen. Ah, ja, was ist das? Oh. Mein? Ja, weil, wenn's er trifft. Dann trifft sie auch mal gut. Ja, macht uns noch blind. Warte mal, da kannst du doch Krankheit heilen, ne? Ich glaub, das war's. Blind? Ja. Dann machen wir Krankheit heilen. Machen wir... Was weiß ich... Drei? Drei? Oder zwei? Machen wir zwei. Äh, ne. Du musst sowieso zuhauen. Ja, dann... Los. Auf. Weiter. Tja. Ah. Hier machen wir's mit. Ja, aber der... Der Boss ist... Der ist zu viel. Der ist zu viel für uns, ne? Why. Ah, ähem. Die hat gut zu. Im Gegensatz jetzt hier zu, gäh. Ha, 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 ha. Ja, der ist aber... Muss man sagen, er ist vergiftet. Muss man ihn sogar machen. Ich kann es nicht sehen. Ich bin mit Kutzen und Blüten. Es sind noch drei. Wir müssen auf die dritte. Das war vorhin zu guter, zu oft so viermal hintereinander zu machen. Hat aber gar nicht Interessen. So jetzt mal. Ja, ich bin ja schon dabei. Ich bin ja schon dabei. So, du bekommst... Ja, drei reicht. Und du wirst drüben mal... Kannst du noch mal? Ne, du kannst nicht. Das ist ja übel. Du kannst auch nicht. Oh, da müssen wir ja schon wieder eine Halt rangeben. Und die kosten doch alle so viel Geld. Guld! Und... Na, los. Komm, mach noch die letzte. Wo ist denn die andere? Wo ist denn die andere? Gott, Gott, Gott. Was ist denn das? Ja, was ist es? Was ist es? Was ist es? Ihr bitte. Und ihr. Jetzt gehen wir hier zurück. Nee, nee. Wir gehen hier rein. Dass Don Caleone nicht kommt. Und rasten. Wir rasten. Wir rasten. Sag mal, kannst du eigentlich noch sowas Vergiftungsmäßiges heilen? Mach mal. Und zwar auf jeden Fall. Interessiert nicht, oder? Mach mal nochmal. Interessiert immer noch nicht. Dann mach nochmal. Hm. Interessiert immer noch nicht. So. Unten heilen. Einmal hier. Einmal. Nochmal hier. Und dann... Der Körper ist tot. Der Körper ist tot. Aber wenn meine Theories sind korrekt, sein Spirit lives in einem Paradies der Frieden, Frieden und... Nubile, junge Frauen. ist... ...dead. oder am richtenvoltischen Feuer werden. ... Das ist ein Teil dafür. Billboard- Wenn wir hier weiter gehen. Aber es hat jetzt 5000 Mal geklappt. Und jetzt hat es nicht geklappt. Ich habe den so oft vom Vergiften befreit. You bellowed? Haben wir überhaupt noch so viel... Wiederbelebungspulver. Das ist übel, ne? Ja, das waren zweimal große Viele hier. Einmal sich mit diesem Boss hier anzulegen. Ja, das ist halt Iron Man, ne? So speichert man und dann geht es weiter. Ich bin ein bisschen durcheinander, ich sage es nicht, was es ist. Du hast noch eins. Im Grunde ist sie gold, ne? Gotcha. Das ist besser. Sag, für 100 Gold, ich werde dir sagen, was auf der anderen Seite ist. Jetzt müsste jetzt so eine Option stehen. 100 geben. Dann hätte es mir erzählt. Das wäre doch cool gewesen, ne? Du hast auch noch eins und dann haben wir wirklich alles verbraten, ne? Ist ja nett zu holen, ne? Und die Gruppe, sie schläft, regeneriert sich. Und ein bisschen in Angst, ob dieser Rattenboss doch noch kommt und sie im Schlaf überrascht. Doch es scheint, er hat sich wieder zurückgezogen in seinen Gemächern. In seine Gemächer. Was ist der Plan der Gruppe jetzt? Der Plan der Gruppe ist der, ich werde mich mal hier noch ein kleines bisschen umsehen. Ein kleines bisschen umsehen. Und dann werde ich nach draußen gehen. Ja, und erstmal muss ich hier mal schauen. Ach, jetzt habe ich wieder nicht... Ja, alles klar. Plus 8. Warte, du mal kurz. Was ist denn du? Du, das ist doch... Ne, plus 5. Ach, warte, aber ich... Warte mal... Plus 7. Ne, du bekommst die plus 8. Und du bekommst die. Und du... Bei dir ist egal. Und bei dir? Und bei dir? Und bei dir? Oh Gott. Und bei dir? Aha. Na dann. Na dann. So. Ach nee, halt. Das hatten wir schon. Was gibt's denn noch? Ach, du bekommst erstmal wieder... Deinen normalen Pfeiler, ne? Das war ja die absolute Knalle hier. Ja, ich sag mal. Ja. Wir haben, glaube ich, nicht ein Wiederbelebungs- Trank mehr. Okay. Aber noch irgendwas zum Identifizieren. Eine Spruchrolle hätten wir noch. Im Angebot. Oder warte mal, da oben hat man ja noch einen Trank hier oben. Ja, den nimm er. Wir haben so viel Tränke vertaucht für nix und wieder nix, ne? Oh, Superhild. Ja. Den geben wir mal Colored to Tour. So, der hat jetzt... Oh, wir müssen... Wir müssen trotz... Ah, wir müssen... Wisst ihr, was ich jetzt mache, nachdem ich hier ein bisschen noch rumgelaufen bin? Ehe ich mich noch weiter hier mit den Kerlen anlege. Ich gehe zurück zum Kloster, ne? Ich werde es euch rausschneiden. Ich hab's schon mal gesagt, ne? Ich hab's schon mal gesagt. Weil... Schaut hin. Ach so, warte mal. Da haben wir noch was. Großer Heiltrank. Mittlere, Großer. Wer will das denn du noch? Ach, du hast... Mittlere, Großer. Mhm. Na gut. Das sieht sogar noch nicht so schlecht aus mit den großen Heiltrink. Dann kriegst du erst mal noch den großen Heiltrank. So, was ist das? Ach, noch ein Großer. Ach so, nee. Dann sieht's ja perfekt aus. Dann teilen wir es mal, ne? Gegenstand aufteilen. Zack. 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 Ähm. Weiter geht's. Ach, da haben wir ja richtig viel. Gegenstand aufteilen. Zack. 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 Und du bekommst den letzten. So, was da hier? Doppelmann. Gesteigerte Fähigkeiten. Hätte ich... Nee. Das würde ich dann doch auch gern mal Gatwing geben. Hat jetzt eigentlich... Du hast hier jede Menge leichte Heiltrinker, ne? Aber... Wartet mal. Ihr habt leichte. Mittlere. Du hast auch sogar einen großen. Na gut. Du hast leichten. Und ein Schattendinktur. Ist ja auch nicht so schlecht, ne? Und den... Ach ja, den magischen Nektar. Zumindest mal einen. Sei nicht so geizig. Gibst du bitte hier hin. So. Du gibst mal deine leichten Heiltrinker runterwärts. Du hast noch... So. Vergiften heilen. Schwer, ne? Vergiften heilen mal hier hin. Du lässt es. Ja, ja. So, das ist noch bei Radobar mit rein. Staub des Ausdruhens. Niespulver. Großer Ausdauertrank. Ne, ne. Die brauchst du. Oder eher du. Genau. So, da haben wir noch Wurf. Dingsbumse. Wurf. Ja. Hier haben wir noch Krankheit teilen. Krankheit teilen. Ist ja auch nicht so schlecht. Dann kannst du zum Beispiel mal ein blinde Kuh sein. Und Gegenstand öfter teilen. Nehmen wir noch einen. Dann hat es wahrscheinlich das wieder nach oben gebockt. Ja. Machen wir weiter. Ja, ihr müsst jetzt mal durch. Gehen wir den noch ein. Ja. So, und den Rest gehen wir mal hier. Gut. Weiter. Blitzpulver. Ja, das müsstest du da mal anwenden, ne. Was ist denn hier noch? Feenstörber. Hm. Müsstest du halt mal anwenden, ne. Wie sieht's noch mit deinen Bolzen aus? Sieht gut aus. Mit deinem Fallen sieht's gut aus. Du sowieso und wow. Okay. Da hätten wir noch was zu identifizieren, aber jetzt nicht. So, das war's. Puh. Die grüßen.